Ich bin auch witzig. Ich saß da und herzlich willkommen zu einer neuen Vlog. Kommen Sie zu weh, dort bin ich noch nicht mehr auf die Aufnahmetast betreik. Gott noch einmal. Sollen das? Ah, ne Begel. Jo, da bin ich in der Schweiz. Hopp, fahr. Vorbei, ich hab's halt. A Haufen, ne? Heizung machen wir mal aus. Zwei, zwanzig Grad lang. Beziehungsweise, eh, zwanzig, ne? Wenn's kalter wird, machen wir halt noch mal kurz an. Nächste halt. Königs. Ein Stück bald wieder beim Hoch. Ich fände das immer witzig bei den Alldosen. Fürs Licht an zu machen, wo sie denn den Schlüssel einfach umdrehen, ne? Kann schon entweder rausziehen, um. Und dann zum Umdrehen geht's Licht an, gell, ne? Spaßig. Bei meiner, bei einer Busdusche. Schlüssel umdrehen und dann fahr. Da fahrt alles im Motor. Sonst steht doch keiner. Jo, es macht nix. Vorne müssen wir rechts gehen. Ich könnte irgendwo das Radio aufmachen. Aber... Ja, die Hühnern hat die Räsi nicht schlecht, doch. Die kenne mal das Lied. Ich hoffe hier herrnix. Mal machen wir den Bluts zuzt an beim Radio, ne? Dann holen wir da das Tablet draus, ob ich das Ding hättest, wollen wir es finden. Wenn wir es finden, wollen wir es finden. Eieiei! Jo, aber schwer, nein, schmollet! Ah, die Kurve da, die, die Kurve da! Ich hör' nacht, ich muss langsam fahren, aber die Kurve sieht schlimmer aus, wie sie ist. Nee, anders. Sieht nicht so schlimm, nee. Ist schlimmer, wie sie aussieht, nee, doch, nee. Ist nicht so schlimm, wie sie aussieht, nee. Sieht schlimmer aus, wie, nee. Herrgott, noch einmal, ich werd' doch jetzt auf das Wort kommen. Diese Kurve sieht nicht so schlimm aus, nee. Herrgott, noch einmal! Diese Kurve ist schlimmer, wie sie aussieht. Die Kurve ist schlimmer, wie sie aussieht. So, zack, fertig. Da wär' ich schon bescheid, ey. Wer ist jetzt? Nee. Mit so'n Bus kannst du einfach geradeaus durchsteh' ne Kreiselverkehr. Kreisherkehr. Was tut denn ein Fremdwerder? Fahrer, hopp! Stell' dich nicht so blöd dran! Danke. Schubgelenk muss moin! Oma! Oma! Jetzt dann Bertha! Oder so ähnlich. Was gibt's denn für'n Name? Bertha! Oma! Das ist Oma Bertha! Das ist Oma Bertha! Moin, Manfred! Eieieiei! Guten Tag! Du hilfst! Ja? Du so! Du, Manfred! Hab'n ich eigentlich da schon mal verklärt... Verklärt? Verklärt? Erklärt? Wie man aus'n Kreisverkehr rausfahrt, jetzt zu spät. Rednerstelle vorherjose. Nächste Allstelle Heimatplan! Komm, jetzt fahr doch mit denen im Echt, dann ist doch nichts zu passen. Ah ja, ich hab'n zweiten Mal. Lassen wir uns drüber, rolle, mach den Gang raus, wieso ist Garnier? Oder Arctros, Mercedes-Actros LKW, ne? Die macht das A. A auf der Autobahn. Wieso hab' ich heute nur 16 FPS? Wenn das so weitergeht, fahr' ich völlig aus der Haut. Moin! Hey, du Elsie, gell? Bist Elsie. Moin Elsie. Da sind wir am Namen erfitteln. Ja, die alte Mama könnte auch... äh, 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 ja... Hannelore Oder Frau Meierkurt Nee Das groß wieder Und wieder Marco Mannenstraße Irgendwo da halt auch der AKX Nee, nicht der AKX Nee Arlheim Laurens Arlheim Arlheim Laufensbach Express Wahrscheinlich ist er da sogar noch Arlheim Laufensbach Express Du bist es Gerbrot Nein, mir fällt keiner ab. Eieieieiei, ist das eng. Nein, das wird fast nix, gell. Ach Gott, ist das eng. Wird eben so ein bisschen für mich aus der Haut gefahren. Wie der immer macht der Bus. Das leise tut er da jetzt wieder, ne. Es kracht noch ein Meter, gell. So, jetzt aber. Haha. Mit dem Spiegel muss man auch ein bisschen aufpassen, der steht ein bisschen weiter ab. Oder wie man das sagt. Ach, mein Tablet da hinten, oder wie die Dinger da wissen. Tablet. Uff, ähnlich. Wie ist das denn? Tablet. So, ist Tablet. Die Dinger sind Tablet. Und die Amerikaner auch. Und die Sache sahen. Äh, ah. Tablet. So, die Sache sahen. Ne, komm, hopp. Es war, es war doch nur ein bisschen. Moin. 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 Wieder Segelt. Abfahrt. Abfahrt. Hab ich gesagt. Und dann Moin. Und dann Moin. Oh, da ist der Opfer an Solst. Eieieiei. Ist das eng. Ich merke immer, ich will nicht vorbeiblen. Wenn's gekracht hat, sah ich. Au, ist das eng. Gewähnen. Ne. Ich bin jetzt auch gut drauf. Ich bin jetzt auch gut drauf. Ich bin jetzt auch gut drauf. Ich bin jetzt wieder da. Außer Kienster. Mit Lernfliegler bin ich gut drauf. Eieieiei. Ach Gott, komm. Ist doch nicht zu fasse. Klickla, klickla, klickla. Komm fahren doch. Ach. Full Gas hätte ich gesagt. Aber das geht nicht. Danke. Viel Druck. Ich bin dir zu großem Dank verpflichtet. Oder wie man das sagt. Nein. Sog mal so. Warum fahre ich denn? 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 Genau. Hopp jetzt schwitzt doch mal deitsch. Ja Gott, noch ein Mohr. Warum fahre ich laufend? Guck mal, ich muss da oben die Mohr schlicht an. Wieso steht bei mir laufend hier oben? Da. Brems. Hobby nicht die Tür aufgemacht. Morgen. Doch, Hobby. Ja, dann kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Ich hab die Tür bei vergessen. Aber ich kann's auch gerade zum Tumor starten. Ich hab ver... Ah. Da oben wo Gas steht. Wo das große Mauszeichen ist. Wo bei mir immer 100 steht. Das wollte ich sagen. Hat aber keine Sau verstanden. Der ist ein zues grüne Licht. Hier ist an. Unwiedersehen. Wir haben hier mit Der Mond. Wir haben so viel mitpicataert. Ich hab ich das Gefühl. Wir haben so viel mit freakin 사랑 mit Impossible. Wer ist es denn? Ich hab' ihn ausgeregt. Schadenberg. Wer ist's? War denn? Ich hab' ihn ausgeregt. Schadenberg. Ich hab' ihn ausgeregt. Ich hab' ihn ausgeregt. Zweieses, die sind so. der so leise, wenn man steht. Noch leiser. Vor allem wenn der Motor aus ist, wie jetzt gerade. Aber das hat sich gelohnt von der Länge her. Als Gelegennis. Nächste halte, schnelle. Schnelle, ja. Schnelle, nächste schnelle halte. Eieieieieiei. Nächste halte, schnelle, berg. Schnelle, berg. Ich hab ein, ein, wie heißt's, Back, Backerbskel, nein, nein, als dort der Englisch, dort B, U, G, der Bug, gewohne, dort ist ein Ding zu zippen. Fun, 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 Funktioniert. Funktioniert gar nicht. Der dort, ne. Der Temperaturmesser nur der dort aufwickelt. HALT! Also, ich mit meiner Folgen so wollen. Ihr müsst hinten dran kurz und zwar, tut mir leid, tut mir leid. Wenn es im ersten Folge ein bisschen arg wird, zwar möchte ich mich hierfür entschuldigen, aber ich glaube, ich hab's wirklich super zufrieden, weil ich hab's schon im Elend gesagt, auf Wiedersehen, dass ich war. Zwölf Minuten, ja. Kann ich sagen, wie du willst, kann ein Viertelstunden werden. Da fahren wir jetzt bis zum FVC und dann letztens bis zum Obbahnhof. Ich wollte schon seit einer Viertelstunde mein Tablet. Das muss man hier so sagen, weil sonst kommt wieder so und so, ne. Polo. Der Blütztyp hat sich schon verbindet. Deutsche Bahnstrecke, ja. Von mir aus, nein. Da, Musik. Na bitte nicht so laut. Bissl arg laut, gell. Nein, solange ich es nicht her, gell. Palim, palim, palim. Gell mal das Ladekabel. Ah, schon ist es bei 45 Prozent. Können wir das euch mal machen. Es ist, äh, wie sagt man, produktiv oder so, ne. Ich weiss es nicht. Hopp. Schaff. Ich bin jetzt so blöd mit so Ladekabeln und so. Aha. Wie sagt man eigentlich immer A, H und nicht B, oder C, H. Da sagt man A, H. Oder U, H. Ne, U, H. Was kommt schon vor der E, H. E, H kommt nicht vor der U. Was? I, H. Was macht der Esel? Jo, hopp. Es war ungewollt. Sehr ungewollt. Wirklich ungewollt. Jetzt sind glücklich klar auf die Einhetzung. Ob ich die ganze Dere von Köln. Was macht der Esel? Steht mal da und wackelt. Wackelt. Ach, mir hat das schon Abfahrt gehofft. Wann so hat es mir denn keiner. Vor genau 24 Sekunden. Fahr. Bus. umsogt man doch keiner ich hab gedenkt da steht ein minus vorne dran mit dem Rehner hab ich nix gesehen. Jetzt hat noch keine Sau eine Fahrkarte gekauft. Schweinerei von denen. Jetzt wär da mal grün, danke. Man muss nur mit der Ampel schwätzen. Die Erde fährt. Ich hoff wirklich, dass man die Scheiße liegt an der Erde. Erstens soll ich hier sowas nicht ehren. Weil es nämlich der SWR 4 ist. Also fast schon indirekt. Ach Gott, Moin. Zweig unter Hans. Da wohnt er auch. Von der Bühne lang, vom C3317 war es knapp. Aber der ist ja nicht so hoch. Unser, unser... Au, au, au. Doch, doch schon. Also mit einem Doppel-Dings-Decker-Bus da würdest du nicht durchkommen. Polen! Ich geh mal jetzt fest. Was ist das nicht? Polen mit einem L. Nächste Haltestelle. In der Öde. Der Rapid und der Hustle. Ei, ei 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 ei. Pass doch auf! Der wär mal vor schneuigig vor. Der ist ja nichts dagegen, ne? Jo, beschwer den Ereich. Ich hab mich halt eh aufgerecht. Ist doch boah. Ja, du na geil. Wie kann man so unterparken? A-Loch. Das war nicht ganz ausgeschwätzt. War nur ein A und ein Loch, ne? Mehr waren nicht drin. Aber wie kann man sich da hinstellen? Das ist mir weh, der Sau. Regwärtsfahren. Mit dem armen Schubgelenkpustern. Ein Zielgelenkpustern, der Regwärtsfahrt. Ah, ist doch wo. Er zieht dann von hinten. Und schiebt nicht. Nächster halt Hammerwerk. Mit dem Kumpi Adler Angler. Hammerwerk. Und dann stimmte hinten. Hups, war alles. Überleben. Eieiei, Bus. Der bruscht alles. Ja, guten Tag. Du kannst doch eine Stunde fahren. Okay, Fahrgarten. Es war in der Hoffnung. Komm mal nimmst gleich hin. Am Ikea. In der Hoffnung. Bis dahin an der Hoffnung. Und dann, dann sind sie gestorben. Weil doch hier ist nur ein Schwein, der so verackert hat. Der rechtsfahrt, der Alix. Und der E280 ist. Männischer Mord. Das dreht noch volles Gas. Das geht halt schon. Keine Rang. Aber nee. Wir haben ja eine Verspätung, oder? Ist das... Nee, wir haben ja eine Verfröhung. Oh nee. Das ist so was schafft. Nur ich mit so einem Bus. Und Citaro hat sich da immer verspätet. Jetzt war ich mit so einem Bus. Ganz gemütlich dort durch die Gehäschung. Brems. Wir rutschen wieder fast. Das ist doch nicht so fast. Brems. Die Volksfahrweiger. Ich hang Sato herauf. Nein, 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 nein. 26. Da muss ich ein Bild machen. Da muss ich ein Bild machen. Sofort. Handy. Wo ist die Nummer da? 0049. Also, dann bis zur nächsten Folge kommen Sie zwei. Daumen auf und los. Auf jeden Fall. Auf jeder hundertprozentige Fahrt. Und dann noch abonnieren. Dass wir bald hundert Abonnenten für Spezialvideos haben. Weil da eigentlich keine Lust mehr drauf. Nee, ich freu mich, wenn ich's gemacht habe. Wenn's hochgeladen ist. Weil ich dann weiß, dass ich zeitlang nach oben will. Das war speziell. Tschüss.